Es gibt keine guten Investments. Das behaupte ich und ich erkläre dir in diesem Video, wie ich das meine und wie du trotzdem gute Renditen machen kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP7-Jahres-Clubs und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Menschen fragen mich immer wieder, lieber Bodo Schäfer, kannst du mir nicht einfach mal einen Tipp geben? Meine Antwort ist, ich kann dir viele Tipps geben, aber ich kann dir keine guten Investments nennen. Denn es gibt keine guten Investments. Es gibt nur, Achtung, gute Investoren. Lass mich dir ein Beispiel nennen, damit du verstehst, was ich meine. Im Winter wohnen meine Frau und ich in Florida, in Naples. Und uns gegenüber wohnten zwei alte Damen und deren Haus ist von dem Hurricane Ian, der letztes Jahr über Florida gefegt ist, total überflutet worden. Ein Meter achtzig Wasser. Wir hatten Glück. Das heißt, bei dem Haus standen zwar noch die Mauern, aber innen war alles komplett kaputt. Und weil es dann heiß ist, die Klimaanlage fiel aus, vier Wochen oder noch länger kein Strom. Alles mit Schimmel befallen, was bei dem warmen Wetter ja kein Wunder ist, wenn die Klimaanlage nicht funktioniert. Und Naples hatte in vielen Bereichen, selbst als wir jetzt im Winter da waren, immer noch keinen Strom. Also, die beiden alten Damen waren keine Investoren. Das heißt, sie hatten nicht das Investoren-Mindset. Sie konnten also gar nicht erkennen, was ein gutes Investment ist. Selbst wenn sie es besitzen und das Haus dieser beiden alten Damen war ein Vermögen wert, das wussten sie aber nicht. Sie haben ja auf ihr Haus geschaut, nicht als Investment, kein Investment-Mindset, kein Investor-Mindset, sondern einfach als, das ist mein Zuhause. Wie will man das verdenken? Aber jetzt hör, was passiert ist. Die alten Damen hatten nicht mehr die Nerven, das Ganze zu renovieren. Und dann kommt ein Investor und macht ihnen ein Angebot, er würde ihnen das alte Haus für 2,2 Millionen abkaufen. Gutes Geld, 2,2 Millionen Dollar. Das haben die beiden alten Damen auch sofort angenommen, haben sich dann irgendwo für 800.000 Euro in der Pampe ein Haus gekauft. War jetzt halt nicht mehr in der Nähe des Wassers, aber ein wirklich schönes Zuhause. Und dann hatten sie noch 1,4 Millionen übrig. Und da sie schon ein bisschen älter sind, ist das für ihre alten Tage ein gutes Geld. Aber ist es ein guter Deal? Schauen wir uns jetzt das Ganze aus der Sicht des Investors an, der das Haus gekauft hat. Wie gesagt, er hat den beiden alten Damen 2,2 Millionen gegeben. Und am nächsten Tag hat er das alte Haus komplett abgerissen. Kosten vielleicht ungefähr 100.000. Warum 100.000? Weil es in einem einzigen Tag komplett weg war. Es war unfassbar zu sehen, wie schnell die arbeiten konnten. Also genau waren es anderthalb Tage. Dann war nur noch das nackte Grundstück übrig. Und dann war dann Muttererde verteilt worden. Bäumchen sind dann noch gepflanzt worden, damit die Nachbarn sich nicht dran stören. Und in ebenfalls sehr kurzer Zeit wird dieser Investor jetzt darauf ein neues Haus bauen. Ein schönes neues Haus mit modernstem Standard. Kostet ihn in dieser Ecke ungefähr 2,5 Millionen. Was hat also jetzt der Investor investiert? 2,2 Millionen für die alten Damen. 100.000 für das Blattmachen. Und 2,5 Millionen, um ein herrliches neues Haus zu bauen. Also zusammen circa 5 Millionen. Und noch bevor er anfängt zu bauen, hat er bereits einen Käufer. Und je nachdem, wie dieses Haus dann ausgestattet ist, zahlt dieser Käufer zwischen 8,5 und 12 Millionen dafür. Gewinn für den Investor. Ein Jahr Arbeit zwischen 3,5 Millionen und 7 Millionen. Das heißt, die beiden alten Damen wussten gar nicht, dass sie ein unfassbar gutes Investment besaßen. Sie hatten nicht das Investor-Mindset. Sie konnten die Chance nicht sehen. Sie konnten nicht sehen, platt machen, neu bauen, verkaufen. Ich glaube fest, das Wichtigste, was du tun kannst, um Vermögen zu werden, ist, ein guter Investor zu werden. Und das beginnt mit dem Investor-Mindset. Lerne also zu denken wie ein Investor. Schau dir Häuser, schau dir Firmen, schau dir irgendetwas an und überlege, wie würde ein Investor darauf schauen. Was würde er machen? Lerne, Chancen zu sehen. Vielleicht sagst du, Bolo, aber das stimmt doch nicht ganz. Es gibt doch Aktien, die haben sich eindeutig richtig super entwickelt. Und das waren doch gute Investments. Meine Antwort, das weißt du im Vorhinein nicht. Das weißt du immer erst hinterher, wenn du zurückschaust. In der Rückschau kannst du dann sagen, naja, wenn ich da investiert hätte, dann wäre es gut gewesen. Aber für die Zukunft kannst du das niemals sicher sagen. Ich habe zum Beispiel zu einem noch sehr guten Kurs Bitcoin gekauft. Und ich habe dann einen dramatischen Kursanstieg erlebt. Es gab auch immer wieder Rückfälle. So wie zuletzt, als die Kurse von der Spitze um 70% nachgegeben haben. Aber es macht mir gar nichts. Weil ich viel, viel günstiger gekauft habe, als sie runtergefallen sind. Das macht mich jetzt aber nicht zu einem guten Investor. Nicht. Sondern da habe ich einfach nur ein gutes Näschen gehabt. Oder du kannst sagen, ich habe einfach Glück gehabt. Na ja, Glück vielleicht nicht ganz alleine. Du musst dann schon bereit sein, in eine neue Chance zu investieren. Du musst schon Risiken eingehen. Aber die wichtige Lehre ist, ein schlechter Investor wird aus einer Goldgrube eine Ruine machen. Und wenn es nur durch Pech ist. Und ein guter Investor wird aus einer Ruine eine Goldgrube machen. Wenn der gute Investor Pech hat, macht der eine Goldgrube draus. Trotzdem. Lerne darum, das Mindset eines Investors. Und glaub mir, es macht Spaß, Werte zu schaffen. Es macht Spaß, sein Geld sinnvoll anzulegen. Was ist die Alternative? Du hast Geld gespart. Und du bist dann immer in Sorge, dass du dieses Geld verlierst. Das sind Menschen, die sind reich, aber nicht glücklich. Weil die Angst haben, ihr Geld zu verlieren. Ein guter Investor hingegen, der weiß nicht nur, wie er sein Geld erhält, sondern wie er es sogar vermehrt. Und oft unfassbar vermehrt. Was glaubst du, wer von beiden glücklicher ist? Der, der Geld hat, durch Zufall oder auch durch Leistung. Der aber immer in Angst lebt, dass er es wieder verliert. Oder der, der sagt, dieses Geld weiß ich zu erhalten und ich kann es auch vermehren. Also lerne das Investor-Mindset. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.